Hallo und sehr willkommen meine Freunde, ich bin's wieder, Herr Jesse, und da ist er nun endlich, der Lon VD. Für viele, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, es hat sich hier noch ein bisschen was geändert mit Patch 2.6.4 und der kommenden Season. Wir sprechen hier von Season 16, und zwar ist es wieder möglich, das Lon Z zu spielen, also mit den Litanei-Ringen, denn die Ringe wurden gebufft. Ihr seht hier noch 500%, das war damals noch vom Test-Server, sie sind jetzt aber aktuell auf 750% gebufft, das bedeutet also, die ganze Skillung funktioniert noch wesentlich besser, als sie hier gezeigt wird. Ich möchte euch das Ganze hier anhand des Geisterspeer-Feuer-Bildes zeigen, der kam ja damals schon irgendwo Season 5 oder 7, bin mir nicht mal ganz sicher, da kam der schon mal auf, wo die Lon-Ringe stark waren. Dann gab es einige Season, wo das nicht funktioniert hatte, und jetzt ist der natürlich wieder zurück, und zwar stärker denn je. Wir beginnen jetzt mal ganz schnell mit den Skills, wir haben hier die Heuschreckenbarge mit Bestillenz, dann Piran-Ias mit Piranado, natürlich unser Geistwandler mit Ausflug, auch hier könnt ihr alternativ vielleicht noch etwas anderes nehmen. Von den Runen her, dann natürlich unsere Seelenernte, die Heimsuchung und dann natürlich noch das Geist-Sperrfeuer, wobei ihr hier natürlich die Rune nehmt, welche euch am meisten unterstützt. Das hängt dann auch ein bisschen an den Items, das werden wir uns aber gleich mal anschauen. Des Weiteren haben wir hier, dann unten seht ihr schon noch, Gefäß für den Geist, als Snap-Talent würde ich immer empfehlen, das mitzunehmen, das einen Leid, Schleichender Tod, und gegebenenfalls noch vielleicht das ein oder andere, wenn ihr mit einem Höllenfeuer-Amulett spielt. Wie gewohnt würde ich euch im schriftlichen Bad hier einfach ein paar Punkte angeben. Wenn ihr nämlich ein Höllenfeuer-Amulett erwischt, ganz ganz wichtig, das sollte im Idealfall natürlich uralt gerollt sein, also es ist die goldene Regel, Items anzuziehen, welche mindestens uralt sind, denn nur dann greift der Bonus. Ansonsten könnt ihr schon sehen, das sind natürlich relativ spezielle Items, welche hier genutzt werden, da möchte ich euch gerne auf die Biss-Liste im schriftlichen Bad verweisen, auch wie diverse Stats gerollt werden sollen. Das ist halt bei den Long-Bills immer so eine Sache, man nimmt zuerst mal natürlich die uralten oder Primals, also archarische Items, die zielen natürlich auch, und dann tauscht man die so aus, dass die Skills unterstützt werden, und natürlich, dass es die Zähigkeit nach oben treibt, damit man hier einfach am besten spielen kann. Wir stürzen uns hier gleich mal rein, dann gibt es noch ein paar Anmerkungen dazu, also wir spielen glaube ich eine 90er Rift oder sowas war das, also von der Zähigkeit her schaut das Ganze schon mal ganz gut aus, dann müsst ihr wenig drauf achten, also für eine Inklasse seid ihr hier richtig gut mit dabei, und vom Schaden her, ja wie schon gesagt, das macht natürlich noch wesentlich mehr Schaden als hier gezeigt, weil es nämlich nachwirkend nochmal gebufft wurde. Was man jetzt natürlich sagen muss ist, dass zum Beispiel in Season 16, in der Season des Prunks, der Prunkring, der bringt uns hier natürlich nichts, denn Set-Bonus werden praktisch um 1 reduziert, das bringt uns hier nichts, wir haben nämlich keinen Set-Bonus aktiv, da müsst ihr nochmal aufpassen, falls ihr es vielleicht nicht wusstet, sollten nämlich die Lon-Ringe, die werden deaktiviert, wenn ihr mit einem weiteren Set-Bonus spielt, das bedeutet also, ihr könnt die natürlich nicht mit irgendwelchen Sets mixen oder kombinieren, das Ganze funktioniert nicht, denn dann werden die deaktiviert und dann fehlt euch einfach erheblicher Schaden, also da müsst ihr auf jeden Fall ein Auge drauf haben, dass ihr nicht aus Versehen vielleicht irgendwo einen anderen Boni aktiv habt, weil ihr zwei grüne Items angezogen habt und dann funktioniert das Ganze nicht. Also darauf gilt es zu achten, das Season-Thema dann, das Season des Prunks bringt uns somit nichts, weil wofür den Prunkring, wenn wir keine Sets anhaben und das reduzieren, also das können wir getrost ignorieren. Und ansonsten, ihr seht es eh von der spielerischen Art und Weise her, natürlich versuchen wir zuerst unsere Krankheiten und Gifte, das Ganze hier zu verteilen, also die Heutschreckenplage, die Heimsuchung, auf den Gegnern alles raufzubringen und dann wird einfach unser Geistessperrfeuer reingefeuert und dann zerlegt das Ganze. Man muss natürlich dazu sagen, man kann hier je nach unterschiedlichen Runen, welches hier beim Geistessperrfeuer gibt, da müsst ihr immer ein bisschen auf das Element auch achten, aber je nach den unterschiedlichen Runen habt ihr hier natürlich auch zum Beispiel die Möglichkeit hier so einen kleinen AFK-Bild zu spielen, dass hier die Rune gewählt wird, welche die Gegner automatisch attackiert, das heißt ihr müsst einfach nur mehr oder weniger durchlaufen, die Heutschreckenplage und so weiter verteilt sich auch noch automatisch und für Qual 13 mit ein bisschen Paragon und dementsprechenden uralten Items ist der Damage einfach schon hoch genug, dass das ausreicht, dass man hier wirklich sagen kann, ja okay komm, wechsel die Rune, das müssen wir alle 30 Sekunden nur aktivieren, denn es scheint so, ich sage einfach mal Geister zu, es scheint so ein Geist oberhalb von eurem Charakter, der greift alles an und dann könnt ihr einfach durchlaufen und dann wird hier mit alles platt gemacht. Das lässt sich natürlich super super spielen, wenn es darum geht vielleicht ein paar Bounties oder so zu fahren, aber man muss natürlich dazu sagen, von der Geschwindigkeit her haben wir gerade mal unseren Geistwandler, wenn wir uns hier ein bisschen verwandeln oder in diese Phase schreiten, dass wir dann hier kurzzeitig eine höhere Speed haben, ist natürlich kein Vergleich zum Beispiel zu einem Chicken Build, wo man natürlich hier uns als Hühnchen verwandeln konnte und dann einfach querfeld durchlaufen, dafür bietet es sich aber besser an, um damit in den Greater Rifts zu spielen. Ob das Ganze jetzt ausreicht vom Schaden her, um es zum Beispiel in einer Gruppe zu spielen, also dann auf 90, 100 oder 110, vermag ich jetzt nicht zu sagen, ich persönlich glaube nicht, denn ihr habt ja auch die Set Buffs gesehen, es wurden zwar 2, 3 waren es wieder ein bisschen reduziert, aber overall gesehen ist das mit den Lone Ringen ganz nett, es kommen andere Konstellationen raus, man muss erstmal schauen, ob sich da jetzt eine Möglichkeit ergeben wird, wo man dann sagen kann, ja wow, was ist hier überhaupt los? Aber generell wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, um hier ins Meter zu kommen, geschweige denn hier ein Paragon Farm Meter mit dem Hexendoktor zu bestreiten. Also im Meter kann ich mir noch eher vorstellen, vielleicht als Trashkiller, um den Zauberer hier ein bisschen abzulösen, da das Tarascha Set ja auch etwas abgeschwächt wurde, aber ich denke mal, es wird nicht ausreichen, um jetzt hier den Hexer mit einer seiner Skillungen reinzubringen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn ihr eine andere habt und sagt, ja komm, wir wollen unbedingt mit einem Hexer spielen, das reicht leicht für 120, 130, 140, es lag doch nicht mehr, könnt ihr das natürlich gerne tun. Es ist eh besser, wenn sich hier die Meter ein bisschen aufbrechen und man auch mal versucht hier etwas anderes zu spielen, das sollte auf jeden Fall ganz gut ausreichen. Ansonsten hier von der Skillung her, wie gesagt, das Ganze funktioniert erst, sobald ihr ein paar uralte Items habt, das ist immer so eine Sache bei den Lon Builds, also ihr könnt jetzt nicht einfach hingehen und sagen so, jo, ich habe jetzt die zwei Ringe, ich habe die zwei Ringe, ein uraltes Item und los geht's. Mit einem uralten Item habt ihr das 750% mehr Schaden, also das solltet ihr mindestens, ich sage mal fünf, also fünf, sechs Items in uralt sollten angelegt werden, dann habt ihr hier mal zumindest genügend Schaden, um mal 10, 10, 11 zu farmen und dann natürlich mit jedem weiteren Item, das ist dann natürlich Gold wert. Das ist auch ganz schwierig, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger, vor allem dann die Lon Ringe in uralt oder besser zu finden mit den richtigen Stats, das kann dann ein bisschen mühselig werden, aber wenn ihr mal die Sachen zusammen habt, ihr seht schon vom Schaden her, von der Zähigkeit her, sieht das Ganze dann wunderbar aus und sollte auch ganz gut funktionieren. Ja, Freunde, das war es jetzt hier mal mit dem ersten der Lon Bills, mal schauen, ob wir für jede Klasse einen Zauber können, wenn ihr noch Vorschläge habt oder einen Lon Bills habt, den ihr unbedingt angesehen haben wolltet, dann gebt mir das in den Kommentaren und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.